Endlich geht die Weekend League wieder los. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin's wieder, dieser eine Pato. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Hi, wie geht's dir? Leute, endlich ist es wieder soweit. Der erste Weekend League in FIFA 19. Ich habe so eine heftige Vorfreude. Habe aber noch kein einziges Spiel gemacht. Vor zwei Tagen, als ich gestreamt habe, war ich jedes Mal, kaum war ich nicht bei meinem Team drinnen. Zeig mal dein Team, zeig mal dein Team, BIPAPO. Es war wirklich so oft. Und da habe ich mir gedacht, gut, ich zeige euch jetzt mein erstes Weekend League Team. Ich mache das jetzt diesmal nicht so auf Spannend, BIPAPO, mit Karte verdecken, keine Ahnung was. Nein, ich zeige sofort mein Team mit meinen Anweisungen, mit meiner Taktik und so weiter. Guckt das an. Ihr kennt mich, Leute. Ich feiere es, wenn mein Team möglichst bunt ist. Ich habe hier eine Info an, zwei Wands to Watch, vier UCL-Karten. Ein Kartentyp fehlt mir noch in meiner Startelf. Das ist die Icon. Ich weiß immer noch nicht, welcher Icon ich mir am besten holen soll. Dieser Brasilianer, dieser Sokrates. Aber da brauche ich erstmal die Münzen dazu. Aber so im Großen und Ganzen. Was sagt ihr zu meinem Team? Schreibt mir auch gerne mal euer Team ran. Vielleicht interessiert es auch so den anderen in der Community, wenn die Leute eure Kommentare lesen. So, yo, okay. Vielleicht nehme ich doch den Spieler, den der jetzt hat und so weiter. Da sind meine Super-Saps. Lozano, Rodrigo. Keine Ahnung. Seitdem ich bei United war und Rodrigo mein Starspieler war. Ich weiß nichts. Verwende ich ihn sehr, sehr gerne, sehr, sehr häufig. Seine Bilanz ist zwar jetzt nicht sehr, sehr vielversprechend, aber trotzdem. Die macht eigentlich die Sache richtig gut. Ihr wollt wahrscheinlich auch die Preise wissen, wie viel ich sie gekauft habe. Lozano, 33,250. Mit dem bin ich ehrlich gesagt noch nicht so warm geworden. Sieben Teure, fünf Vorlagen. Liste ich zwar nicht so schlecht, aber trotzdem, keine Ahnung. Dann haben wir Griezmann, 250.000. Da dürfte er jetzt eigentlich gestiegen sein, oder? Ja, also der ist auf jeden Fall schon gestiegen. Alle sind schon gestiegen. Speziell die UCL-Karten. Das zeige ich euch gleich. Und Lukas, ja, keine Ahnung. Von denen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich von denen halten soll. Viele von euch feiern den. Ich lese es ja, wie gesagt, auch in meinen Livestreams. Aber ich, keine Ahnung. Kurt Weiss, mega guter Schlussmann. Und jetzt, guck mal. Rode Alba, 139.000 habe ich den gekauft. Und jetzt, guck an. Also der ist so krank gestiegen. Einfach, weil der nicht so oft angeboten wird. Da bin ich sehr, sehr froh. Am selben Tag, als die UCL-Karten rauskommen, habe ich mir die ganzen noch gekauft. Hier, Sergio Ramos, 224.000 Coins. Einer der besten Innenverteidiger. Baran, die UCL-Karte. Leute, das ist ein Biest. Das ist ein Monster. 320.000 Coins. Guckt das an, wie der jetzt nicht gestiegen ist. Okay, ich dachte, der ist krass gestiegen. Ist er leider nicht. Cancelo würde ich auf jeden Fall 104.000. Ich weiß nicht, falls der jetzt noch günstiger ist, holt ihn euch, Leute. Ja, der ist günstiger geworden. Holt ihn euch. Sobald das OTW-Event vorbei ist, der wird krass oder krank ansteigen. Oder der in Form zumindest. Dann Gareth Bale, 449.000. Und ich glaube, dass ich sogar zu viel für den ausgegeben habe. Okay. Ja, doch. 444.000 habe ich jetzt schon einen gesehen. Habe ich womöglich ein bisschen zu viel für ihn ausgegeben. Seine Stests sind auch sehr, sehr viel versprechend. 33 Tore. 16 Vorlagen. 63 Spiele. Nicht schlecht. Con Dock Bär. UCL-Karte. Leute. 60.000. Der ist mit Sicherheit jetzt schon krass gestiegen. Der ist, ja. Der ist safe gestiegen. Sehr, sehr geil. Ich hatte ja noch den normalen Con Dock Bär. Den habe ich sofort verkauft. Dann habe ich mir den geholt. Ich glaube, 15k habe ich auf Preis bezahlt für den. Und jetzt 60.000 gekauft. Und jetzt, ja. Ist ja fast das Doppel der Wert. Und guckt euch mal seine Stats an. 2 Tore. 8 Vorlagen. Er ist ein heftiger Brecher. Ohne Witz. Also alleine schon die normale. Die 82er Karte. Ich hätte mir echt nicht gedacht, dass solche Spieler plötzlich so... Ja, die liegen mir plötzlich. Das feiere ich mega. Matuidi. Genau dasselbe. 47 Spiele, 2 Tore, 11 Vorlagen, 105.000 Points. Und ich glaube, der ist jetzt auch safe. Extrem gestiegen. Ja, Leute. Guckt das an. Also, da mache ich auf jeden Fall Gewinn. Weil genau diese High-Rated UCL-Karten, die geben nicht so viele Leute auf dem Markt. Also damals, als die Trade-Able gezogen wurden. Also die sind echt seltener. Feiere ich mega. Und hier, mein Lieblingsspieler seit FIFA 18. Promise. Mein bei E. OTW habe ich mir den geholt. Ich habe den zweimal gekauft bei FIFA Release für 20k. Dann habe ich den zweimal für 40k verkauft. Das heißt, ich habe den fast, ja, gratis bekommen. Ja, okay. Kann man auch nicht sagen. Aber trotzdem. Das ist ein Spieler, da kann ich euch anders sagen. Es gibt kaum einen, der einen geileren Finesse-Shot hat als Promise. Also ohne Witz. Übelst geiler Typ. Übelst geile Karte. Der dürfte jetzt wahrscheinlich sogar günstiger sein als 96k. Oder? Ja. Ist schon mal günstiger. Aber egal, wie selten er spielt. Ich habe gesehen, er ist eher ein Witzspieler noch bei Sevilla. Trotz allem kann ich ihn euch empfehlen. Er wird mit Sicherheit das ein oder andere Mal in Form gehen. Wenn ja der fast, der Weakfoot, 4 Sterne Spezialbewegung. Das ist für mich so der Mini-Messi. Wobei natürlich, Messi ist noch immer ein vielfaches beweglicher. Der Messi ist auf jeden Fall mein Ziel. Den möchte ich unbedingt haben. Als ich den beim Draft bekommen habe. Unnormal geiler Typ. Also, der gefällt mir bei diesem FIFA sogar noch ein Stück weit besser als Cristiano Ronaldo. Und das herrscht schon etwas. Ich bin ein totaler Fan von Cristiano Ronaldo. Aber hier muss ich sagen, Messi so als Zehner, so kleiner Spieler. Wow. Gut. Ronaldo und Messi können eigentlich eh nicht vergleichen. Messi kommt eher von der Zehner-Position. Ronaldo muss man da eher schon vorne spielen lassen. Aber hätte ich die Wahl zwischen Messi und Ronaldo, würde ich Messi nehmen. Was ist bei euch? Was ist mit euch? Würdet ihr eher Messi bevorzugen oder doch eher CR7? Interessiert mich. Schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Benjeda. Schauen wir mal. Ich habe den für 78 gekauft. Der dürfte... Ja, ein bisschen was ist er gestiegen. Aber er ist auch nicht so die Welt. Mbappé habe ich mir zu teuer geholt. Das weiß ich. 405.000 Coins. 92 Spiele, 51 Euro, 55 Euro Vorlagen. Ich muss einer sagen, der ist auch einer mit einem kranken Finesse-Shot. Obwohl er Fernschüsse 76 hat. Ich glaube, ich muss das sogar etwas ändern, dass er die Fernschüsse sogar rauf gehen. Ich glaube, der Hunter ist das, oder? Ist das Hunter oder Hawk? Was hat Promise? Hunter. Okay, da geht die Schusskraft hoch. Was hat denn... Was hat denn mein... Mein Mbappé? Okay, Mbappé hat Sniper. Warum habe ich Sniper? Hm, Leute. Könnt ihr mir mal reinschreiben? Welchen Campster ich da am besten nehme? Ich denke eher, wo Schuss und Pass hoch geht. Glaubst du, werde ich das machen? Das werde ich dann danach ändern nach dem Video. Also, so sieht mein Team aus. Ich interesse gerne ein Feedback. Was würdet ihr besser machen? Welche Position würdet ihr quasi verstärken? Auf welchen Spieler würdet ihr verzichten? Hört mal raus. Interessiert mich euer Feedback? Ihr wisst ganz genau, ich bin sehr community nah. Ich nehme euer Feedback sehr, sehr gerne an. Aber schreibt auch gerne, wie gesagt, euer Team. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zu meinen Aufstellungen. Was sind meine Aufstellungen? 4-4-2 die zweite, 4-2-3-1, 4-3-3 die vierte und die Raute. Und wie man hier sieht, Offensivspiel, Ballbesitz und Defensivspiel ist überall Druck nach Fehlern. Ich weiß nicht, Leute. Ich bin auch gar nicht so dieser, ähm, da gibt es ja diese eine Taste, wo dieses Team-Pressing ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich von FIFA 17 und FIFA 18 schon dieses Pressing selbst gelernt habe. Auch Broski selbst. Ich weiß nicht, wer gestern im Livestream bei Broski war. Ich habe ja gegen Broski gespielt und zweite Halbzeit ist er gar nicht mit meinem Pressing, ähm, zurechtgekommen. Also die zweite Halbzeit, hat er auch gesagt, habe ich ihn quasi an die Wand gespielt. Leider Gottes happert er es bei mir noch an den Abschluss. 4-3-3-4 und 4-1-2-1-2, die zweite, das sind so jetzt meine Standard-Formationen. Wenn es so quasi, wenn es nur 0 steht, wenn es 1-zu-1 steht. Wenn ich führe, schalte ich meistens zu 4-2-3-1. Das interessiert euch wahrscheinlich auch meine Strategie. Das ist eigentlich so, ähm, muss ich euch sagen, der Mirza-Style. Eben mit ausgeglichen hier und da, äh, orientiere ich mich, wie gesagt, eher an Mirza. Es klappt einfach sehr, sehr gut. Ich habe ja davor auch einiges getestet, aber ich muss sagen, genau so wie es hier eingestellt ist, klappt es somit am besten. Vor allem dieses ausgeglichene finde ich mega gut. Ich habe das am Anfang, war ich sogar auf diesen Punkt, aber es ist sehr, sehr gut eben dieses ausgeglichene. Die Anweisungen, da muss ich euch sagen, bis auf 4-4-2 bin ich eigentlich gar nicht bei Mirza. Also hier habe ich Abwehr überlaufen, defensive Verstärkung, Abwehr überlaufen, defensive Verstärkung. Das habe ich eigentlich überall reingegeben. Hier auch defensive Verstärkung, Abwehr überlaufen, genau dasselbe mit dem Rechts-Mittelfeldspieler. Mit der Abdeckner ist eigentlich somit das Wichtigste, was ich so bis jetzt herausgesehen habe, gelesen habe. Ich habe jetzt auch schon sehr, sehr viele Spiele gespielt und fand Mitte Abdecken mit am besten mit Hintenbleiben bei Angriffen und hier auch die Außenverteidiger hintenbleiben bei Angriffen. Und das habe ich eigentlich nur bei 4-4-2 die zweite und ich glaube bei 4-2-3-1 habe ich ebenfalls diese Anweisungen. Ja genau, bei 4-2-3-1, also bei 4-4-2 die zweite und bei 4-2-3-1 habe ich eben quasi defensive Verstärkung, Abwehr überlaufen, überall defensive Verstärkung reingegeben. Mit Mitte Abdecken bei den ZDMs und auch die Außenverteidiger hintenbleiben bei Angriffen. Das ist so die 4-4-2-1 und 4-2-3-1, die nehme ich eigentlich, wenn ich führe und quasi nicht darauf bedacht bin, jetzt unbedingt die Führung oder noch ein Tor zu schießen. Weil auch bei dieser Taktik funktioniert das bei mir sehr, sehr gut, dass ich ein Tor schieße. Aber das ist so als dieses Nichts-zu-Überstürzen-Taktik. Bei der Taktik bei 4-2-3-1 und 4-4-2 die zweite tue ich mir sehr, sehr leicht mit dem Pressing, genau dasselbe mit der Raute. Also das ist so quasi meine Anfangsformation, auch hier, ich habe eigentlich hier alles unverändert, also das, der Anfang ist eigentlich komplett egal. Wichtig sind mir eigentlich dann persönlich nur noch die Anweisungen. Hier habe ich gegeben, nach außen ziehen, vorne bleiben, Abwehr überlaufen, genau dasselbe auch bei Bill, nach außen ziehen, Abwehr überlaufen, vorne bleiben. Ihr kennt das ja, also wenn der Gegner zum Beispiel sehr, sehr tief steht und er dann bei mir in meiner Hälfte den Ball verliert, dann weiß ich ganz genau, es sind zwei Leute vorne. Und bumm, ihr kennt das, Doppelpass, dies, das, mit schnellen Spielern, Abfahrtleute und dann, ja, ist der Ball in den meisten Fällen auch drinnen. Nein, der ZOM hat bei mir eigentlich gar keine Anweisungen, das sollte echt Standard bleiben und damit war ich eigentlich bis jetzt so mit am besten. Mittelfeld, sogar Promise, also ich habe Promise ins Mittelfeld gegeben, weil da ein Pressing sehr, sehr gut ist. Auf jeden Fall besser als Mbappé und Ben Yedda, Ben Yedda alleine schon aufgrund der Größe und ich mag Ben Yedda aufgrund seiner 5-Star-Week-Foot sehr, sehr gerne in der Zentrale. Und aufgrund dessen, als er klein und beweglich ist, Promise, guter Pressing-Spieler, Conduct, ja, groß, richtiger Baba-Typ und den habe ich hinten bleiben, Mitte abdecken und dasselbe auch bei Matuidi. Und hier auch die Außenverteidiger, also hier ist die grobe Veränderung bei mir, dass ich hier nicht auf defensive Verstärkung gegangen bin, sondern bei beiden auf vorne bleiben. Und bei 4-3-3, die vierte auch hier, wie gesagt, ich habe hier nichts verändert, ich werde auch wahrscheinlich nichts verändern. Hier habe ich auch vorne keine defensive Verstärkung gegeben, außenbleiben, abüberlaufen, zentral orientieren, abüberlaufen, außenbleiben, abüberlaufen. Hier habe ich sogar alle Freiheiten diesmal gegeben und hier hinten bleiben bei Angriffe, Mitte abdecken, hinten bleiben bei Angriffe, hinten bleiben bei Angriffe. Ich glaube, es gibt nichts besseres, Leute, dass ihr die Außenverteidiger hinten lässt und hier speziell diese heftigen Brocken, also die, wo ihr von Anfang an denkt, so, jo, die müssen die Abräumer sein, hinten bleiben mit Mitte abdecken. Ich denke, damit seid ihr so mit am sichersten. Ich habe schon echte Leichtigkeit mit Time-Finish, Finesse-Shot von außerhalb des Strafraums. Mein Problem ist noch, also ich habe ein persönliches Problem, bei FIFA 18 habe ich den Ball quasi immer ins Tor getragen. Ihr im Livestream habt mich da immer kritisiert, womit ihr auch recht habt, ja. Jetzt habe ich aber die Probleme, in den Strafraum reinzukommen, ja. Ich arbeite momentan sehr, sehr viel auf Longshots. Ich habe mir auch noch das Spiel gegen Proske angeguckt. Also im Strafraum war ich Korn und wenn ich im Strafraum bin, gehe ich immer außerhalb. Dann gehe ich wieder raus aus den Strafraum. Da habe ich auf jeden Fall noch Potenzial, mich erheblich zu verbessern. Flanken, ja. Ich habe unnormal Probleme auf Twitter zum Beispiel. Ihr könnt mich gerne auschecken auf Twitter. Auf Twitter höre ich sehr, sehr, beziehungsweise lese ich sehr, sehr viel eben Flanken-OP und bla, bla, bla. Was macht ihr bei den Flanken? Was ist eure Geheimnis bei den Flanken? Ich habe sehr, sehr selten einen Flankenball oder einen Flankentor geschossen, ja. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, was da meine Schwäche ist. Da könnt ihr mich sehr, sehr gerne mal aufklären, was eure Stärken dahingehend ist. Das war mal mein Video. Könnt ihr mir gerne reinschreiben. Wie findet ihr mein Team? Wie ist euer Team? Was würdet ihr hier verbessern? Wie macht ihr das mit den Flanken? Also diese vier Fragen, ich weiß auch gar nicht, wie weit ihr mein Video geguckt habt. Aber diese Fragen würden mich sehr interessieren. Und was mir auch sehr, sehr helfen würde, gebt auch gerne einen Daumen nach oben. Solltet ihr neu sein hinterlässt, gerne ein Abo. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Morgen werde ich die Weekend League sogar streamen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie weit wir kämpfen werden. Ich werde direkt nach dem Video, werde ich auch schon ein bisschen beginnen mit der Weekend League. Ich wünsche euch einen schönen Tag, meine besten, schönes Wochenende. Und gutes Gelingen in der Weekend League. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.